Herzlich Willkommen zu Let's Play Skyfall. Es geht weiter. Produng für Abschluss einer Operation. Okay, Aktien... Aktien... Türen... Ich habe irgendwas abgeschossen. Äh, kurz... Wir wissen... Dort... Wann könnte ich das machen? Wann kann ich das machen? Ja... Ja... Der dritte ist noch nicht. Was ist das denn jetzt? Das geh ich noch nicht. Mal gucken. Wo ist ein Messonma? Wo ist ein Messonma? A war plant has been attacked by the mechanoids. Most of the staff was evacuated in time. Wo ist das? Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Mechanoid haben erreicht. Die Mechanoid haben wir geholfen und starten zu aktivieren. Wir müssen hurry. Arrepiarius, die Probabilität von encountering es hier ist weniger als 1%. DANGEROUS ENEMY NEUTRALIZED THE DOOR IS UNLOCKED, YOU CAN CONTINUE THE CLEANUP, BUT THE MECHANOIDS HAVE CALLED IN REINFORCEMENTS DANGEROUS ENEMY NEUTRALIZED DANGEROUS ENEMY NEUTRALIZED Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach du meinst... Alter Vater... Na dann... Erzähl weiter, Kirsten. Es ist... Wir kommen jetzt auch dabei ein bisschen voran. Aber jetzt tut mir weh... Ja... Ich muss mich zurückfahren... Der Boss da rumkommt und dann... Der Boss kommt da rum. Die Sammeln? Ein Sammler Leuchtefeuer. Oh Gott. Specialty dangerous enemy detected. Quest complete. Compiling status report. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da, kommt hier raus. Nicht schon wieder festgepackt da. Ich backe eegenwo immer fest. Wir wollen die Quest. Dann kommen wir auch weg. 18 Uhr, muss ich gut oder 7.50 Uhr da im Park sein. Ob wir was schaffen noch? Die Aufnahme ist schon schön. Was ist passiert hier? Nein, nein, ich will nicht wissen. Entschuldige die Informationen. Get out of there as fast as you can. Programm malfunction. Activation successful. Programm malfunction. Quest data added to Archives. ...Programm. ...So they managed to get into one of the cubes! That's what killed them. Sensors show that the next tablet is located in the dust ravine. I can't even imagine how it got there. Es ist die alte Router. Komm aber gut voran Ich bin der Schmerz, nicht der Schmerz? Schau mal was passiert! Ich und meine dumme Hände! All die Daten haben gesammelt. Great! Geh zum Kama Station und find Polybius. Er ist nervös für die Forschung. hier habe ich das noch nicht gesehen, da der 5 Küste Lied war das ist, das ist, das ist mit dem bus und dann können wir hier runterspringen und dann hier und Okay. Recompiling Status Report. Quest Data Added to Archives. Initializing Attack Protocols. And I will turn over when I do this. We'll be right back to the next video. Requesting updated instructions, please refrain from rebooting me until the operation is complete. Mission successfully completed. Is it true that fans recommend the invading forces are dispersed across several provinces, the Immortals and Templars are successfully holding off the enemy. Well, finally, what took you so long? The third capsule is absolutely unstable. We clearly have a power leak and I... Oh, wait. Judging by your expression, you're not our new mechanic. Oh, I've been waiting for that. Wait, why didn't Alistair send it the usual way? He dismantled the antenna again to build a decoder. Oh, Flavius won't be happy about it. Oh, I see. Well, Flavius still won't be happy when he hears about it. Anyway, I need to send him a report, so go now. Don't distract me. If you want to help, talk to Petra. Quest data added to archives. Yes? Oh, it's you. Polybius mentioned that you would come. I hope he wasn't too rude. Well, welcome to the Gamma Station. I hope you can help us. I guess Alistair has already told you about the problems with mechanoids. We found the damaged cube, sent it to our researchers to study it. Everything was going well at the beginning. You must have already heard what happened. I don't even know where this lab is. Our men had just set up the camp and started working when mechanoids appeared. They didn't even have time to set a distress signal. We found out about the tragedy just a little while ago. One of the Templars found the remains of their camp. You need to eliminate the mechanoids before anyone else gets hurt. And we want to know why they're defending the wreckage so fiercely. If our group managed to find anything, the data should still be in the camp. Try to find it. Mission successfully completed. Um, well, I thought you said. Activating after burning mode. Don't you understand? These can't be a problem. Do you want to kill the other hand? Don't you understand? What a lot of people can be using this. I just can also do this. Alright. I was probably scared. Das ist alles gegründet. Insufficient memory space, archiving data, quest complete, compiling status report, Threat level maximum. Quest data added to archives. I don't want to see that. I don't want to see that. I'm not going to go with that. I'm going to go with that. I'm going to go with that. Das war's für heute. 100% Eine Mechanische Armee ist jetzt die letzte Quest und der Boss noch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.